Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Sie verstehen es einfach nicht, oder? Das sollten wir leben. Genau. Ich bringe das Essen nach Hause. Ich schenke ihr Blutdiamanten. Ich wasche das Geld durch ihre Firma. Sie mussten nicht mal fragen. Und jetzt lässt sie mich sitzen. Kenne ich. Mein Freund ist Menschenrechtsanwalt. Er denkt, ich sei auf einer Geschäftsreise. Meinst du, Batmans wahre Identität befindet sich auf diesem Teil? Stimmt. Wie sieht es denn aus? Blinkt hier noch irgendwas Neues? Leider nicht. So, langsam wird es ja hier ein bisschen. Wir haben tatsächlich 100% gemacht. Hut ab. Da haben wir 60%. Was haben wir hier? Irgendwo waren 89, oder? Das Kepanne geht noch nicht weiter. 55. Die Miliz hat eine befestigte Stellung in Kingston. Mir wird sie jedoch nicht standhalten. Vorsicht, Sir. Die Scans zeigen eine Drohnenstreitmacht in der Anlage an. Ja, wird schon werden, denke ich. Wenn wir die Fledermaus fangen, können wir ja ruhig etwas Spaß haben, bevor wir ihn abliefern. Ja, wir sind doch alle hier, um Spaß zu haben, nicht wahr? Aber hier sind doch Aschen, das ist die mit den Geschützen. Ich glaube, dass ich vielleicht auch an diesem Gas geschnüffelt habe. Schwer zu sagen, bei all dem irren Zeug, das hier passiert. Du bist echt immer noch so mein Kryptonit. Allerdings haben wir auch acht Verbesserungen. Rauchbombe, Explosivgel. Geht das halt auch für Geschütze? Das wird nix. So, ich hoffe, das bringt jetzt was. Jawohl, das hat funktioniert. Sehr schön. So, aufdringlich. So, sehr schön, haben wir das auch mal erledigt. Glaub nicht, dass du gewinnst, Batman. Du kämpfst dich nur immer weiter zu deinem Tod vor. Ach, das wird schon, keine Sorge. Sehr schön. Wo haben wir denn sonst noch was? Aber auch, genau, wir haben auch keine Dings mehr da. Sehr gut. Da haben wir noch eine Anlage. Dann sollten wir die jetzt ja einigermaßen wegkriegen. Nee, achte mal, bis auf deine Ausdrucksweise. Ja, da sind auch Kinder unterwegs in dieser Uhrzeit. Oh, scheiße. Es ist Batman. Oh, scheiße, er klebt an uns dran. Nein, da sind keine Kinder mehr unterwegs. Der Neid hat einen verflogen zu suchen. Stevens hat's gesehen und Batman angeschrien wie bei einer Scheidung. Wessen Idee war es, sich unter dieser Pflanze zu positionieren? Was hast du denn? Ivy ist tot, wir sind sicher. Keine Munition mehr. Äh, wieso? Bin ich nachgeladen? Achtung, Batman ist hier! Jetzt sollten wir Munition haben. Okay. Ich dachte, das wird nach dem Kampf direkt wieder nachgeladen. Wusstest du es etwa nicht? Angst kann man nicht bekämpfen. Dann sind die Dinge jetzt wenigstens mal machbar. Gut. Ich bin jetzt hier gelandet. So wie ich sehen konnte, haben sie ihm übel zugesetzt. Ganz anders. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Gut, dann fliegen wir halt nochmal rüber. Schnappen uns dann hoffentlich diesmal die... Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Dings. Basis. Kümmer dich nicht um die Aufstände. Die lassen uns in Ruhe. Was macht dich da so sicher? Die Fledermaus! Halt! Au. Was macht wirklich Stress, Jungs? Was macht auch noch nicht alle? Kriegst du halt noch ein bisschen was ab? So. Dann haben wir da Munition. Oh. Da hat sich aber jemand sehr schnell anders überlegt. Der Angriff trendet. Hashtag Stadt der Angst. Ladet all eure Bilder hoch. Cool. Das ist doch die Luftballat. Meine Waffe klemmt. Lässt es dann gleich direkt sein, ne? Oh, da hat glaube ich die Explosion schon einiges wegrissen. Sehr gut. Sei froh, dass diese Männer nicht von mir ausgebildet wurden. Sonst müsstest du gegen echte Soldaten antreten. Naja. Ja. Das ist der Sushi. Okay. Dann haben wir denn noch was. Da haben wir noch ein paar. Hier sind noch insgesamt zwei. Hier sind noch vier. Auf Nummer zwei markiert. Und hier ist noch eine. Und noch ein Turm. Beziehungsweise zwei Türme sogar. Keine Türme mehr. Hier sind noch zwei Türme. Na gut. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal zu den Dingern, wo ich noch was habe. Wie sieht es hier aus? Blinkt irgendwas Neues? Leider nicht. Ich werde nicht zulassen, dass die Miliz den Luftraum mit ihren Wachtirmen kontrolliert. Zeit, sie auszuschalten. Okay, da haben wir noch nichts. Hier weiter. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Sie müssen den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten. Geben Sie kein Pardon. Ah, hier haben wir eigentlich keine Chance. Das könnten wir knicken, meine Lieben. Die Drohnen müssen wir auch noch irgendwann machen. Oder könnten wir ja irgendwann machen. Schauen. Ich finde also diese Fragezeichen-Stadt-Burth-Dicken auch cool. Ein kleines Gotham-Souvenir. Das Ding hat mich fast gekrallt, als ich es angefasst habe. Ich glaube, das könnte jetzt knicken. Ich zum Beispiel. Das ist unser Ziel, das ist Batman. Keine Muni. Hat die doch mal nach, wenn du in dem Batmobil sitzt oder so. Wie dauert denn das, bis da die Muni nachgeladen ist? Oder müssen wir hier in Erfolg... Naja, erfolgreichen Kampf haben wir ja schon. Obt. Weißt du was? Mir ist es egal, ob es ein Panzer oder ein Auto ist. So habe ich es nie gesehen. Hm. Ich hasse Computer. Müssen wir das irgendwie bestimmt einstellen? Also, gibt es einen Gotham-Roboter? Wir disperren können, dass wir ihn gesehen haben. Geht sich halt nur eine Weile. Ah, dann das rausziehen. Okay. In Ordnung. Der neue Wagen ist wie der Alte. Schnell und gefährlich. Es ist sicher alles verschlüsselt. Meinst du, Scarecrow-Navis? Kann ich das jetzt schon rausziehen, oder? Ja, kann ich sogar. Okay. Dass das Ding jetzt im Weg ist. Da hat man es halt nicht gebacken, kriegt darüber zu laufen. Naja, dann gehe ich ja von der anderen Seite mal hin. So, ist generell offen. Gut. Ist doch ein Rätseln in Stacks, Luftschiff. Dem Versteckten. Und den verlassenen Filmstudios. Und Melitium. Alle Rätsel wurden platziert. Mein Masterplan ist in Kraft. Vergiss diese Möchte jarsten. Du weißt, wie fuera Ränsfeind ist, Das ist, glaube ich, schnell, wenn ich mich hier wegschießen lasse, als dass ich warte, dass das sich regeneriert. Das war eine lange Rivalität. Aber nur so konnte sie enden. Wie gesagt, wäre schön, wenn sich die Dinger ein bisschen schneller generieren würden. Sehr angenehm. Spart Zeit. Wo warst du stationiert? Nie, Ghani. Ich habe die Unterstützung für die Panzerwagen geleitet. Hast du Batman gesehen? Nicht aus der Nähe. Ich kenne niemanden, der sowas getan hat und darüber sprechen kann. Glaubst du, er ist so gut, wie alle sagen? Ich hoffe, wir werden das nicht herausfinden. Na, wird schon. So, guck mal, das geht auch wesentlich besser. Du kannst nirgendwo hin entkommen. Tschüss. Das wird. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen voran. Sehr schön. Ich werde nicht so einfach umfallen wie diese Männer, Batman. Du wirst mich schon töten müssen. Schauen wir mal. Ich glaube, das wird nicht so ganz... Verfluchte Panikattacken. Verfluchtes Angstgas. Verfluchtes Angstgas. Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Tja, hat dumm gelaufen, würde ich sagen. Sehr dumm gelaufen. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Sie müssen den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten. Geben Sie kein Pardon. So, der ist ja netterweise auch hier um die Ecke. Wir haben die Details zu Batman's Wagen. Der ist Geschichte. Die Infos sind veraltet. Er macht Dinge damit, von denen wir nichts wussten. Es gibt eine Menge Dinge, die wir nicht wussten. Hör zu. Wenn der Kloge ist, bleibt er hier weg. Wenn nicht, machen wir ihn grad. Hm. Das ist, wenn ich euch platt mache. Achso, ein Batman ist hier! Ja, Versuch. Zu, eins. Du hast grad hier ein bisschen beim Umhauen. So. Ach, da unten geht's doch wahrscheinlich weiter. Okay, das ist neu. Da sind noch welche. Er hat die Federmaus erschossen? Das passt nicht ins Profil. Dort Unterlagen stehen wir sich nahe. So, wir hätten die Dings hier noch, äh, abschalten können. Wahrscheinlich du bist der, der den Dings, äh, den Zugang hat. Wie kommen wir denn da rein? Hier ist, glaub ich, ein Zugang. Scarecrow hat Batman fast erwischt. Keine Ahnung, was da unten passiert ist. Batman! Nein. Nein. Ich glaub, ich mach's mir hier schon wieder ein bisschen zu kompliziert. Wenn ich sage, ihr Idioten sollt die Stellung halten, mein ich es auch so! Die hören halt nicht so wirklich auf dich. Aber den Eindruck, das läuft nicht so wirklich. Hm. Neben dem Uhrenturm befindet sich ein Liliths-Checkpoint. Nicht mehr lange. Fahren wir einmal hier durch. Auch noch einen. Hm. Zwei Schuss hätten wir nochmal da. Brauchen wir die? Hat die Fledermost diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? Hm. Wann nicht. Diesmal brauchen wir hier ein bisschen was. Wer kontrolliert jetzt die Miliz, wenn der Knight weg ist? Und am besten fang ich halt irgendwo außen an. Die denken, ich könnte allein keinen Kontrollpunkt halten. Wir haben doch keine Ahnung. War's doch schon. Ich war fest an dich. Wir haben auf jeden Kontinent gekämpft. Ich wurde angeschossen, angezündet, abgestochen. Mich halt nichts auf. Aber was ist mit Batman? Ha! Soll es doch alles so? Hab ich jetzt nicht. Ich hab's leider nicht geschafft. So, eigentlich reicht's ja, wenn wir das Ding mitnehmen, oder? Fällt mir gerade mal auf. Ja, okay. Du warst immer einer der Besten. So geht's natürlich auch. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Oh, wie ist das Auto? Freut. Direkt angesprungen hier. Der Cloudburst hat gezeigt, was möglich ist. Es gibt kein Zurück. Als würde man die Büchse der Pandora öffnen. Da kann ich aber auch, glaube ich, von hier rein, ne? Ja. So, dann will ich mir mal gucken. Ich glaube, hier, wenn wir uns da hinstellen. Da oben so ein Sniper. Da oben ist der Kommandant. Ihr müsst keiner auf uns nicht überlisten. Oh, allerdings bin ich hier doch schon ziemlich angeschlagen. Oh, mal gucken, ob das was wird. Da geht es keiner mehr hoch. Das könnte ich nicht. Das könnt ihr mal sein lassen, bitte. Das wird ganz schnell gehen. Ich versprich's. So, Kollege, ich glaube, du brauchst ein bisschen Prügel. So, ein bisschen überzogen. Aber dann haben wir jetzt auch diesen Posten nochmal geplättet. Und gab ordentlich XP. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Du Amateure, Batman. Du gegen mich. Das wäre ein echter Kampf. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. So, es hat tatsächlich erstmal keinen mehr auf der Karte. Ja. Aber in der nächsten Runde vielleicht nochmal hier die... Zumindest versuchen wir mal, das Dings hier zu säubern. Bis dahin. Macht's gut. Dankeschön. Und ciao, ciao.